Auf dieser Map konnten meine Zuschauer gegeneinander kämpfen, um Robux zu gewinnen. Das Video mit den ersten Kämpfen ist bereits online. Und hier kommt der zweite Part. Doch zuerst... Hey Leute, ich bin's Conny! Und heute spielen wir mal wieder Donate Us! Komm, machen wir einfach mal Stream-Lol. Einfach mal random bisschen donaten. Sechs Robux tun ja niemandem weh. Das ist ziemlich viel. Hier würde ich nicht rein donaten. Oh, jemand hat bei mir donatet. Dankeschön an... Lukas für die sieben Robux. So, und in dem nächsten Kampf möchte Roblox Felix mitmachen, aber... Ist das okay, wenn ich am Anfang ausweiche und mir was zu essen oder so mache? Ja. Ich hab dich als Zuschauer eingestellt, glaub ich. Aber ich wollte ein Spieler sein! Du willst ein Spieler sein? Okay. Dafür hab ich natürlich eine Notfallfunktion, und zwar... Duell Others. Wenn ihr bereit seid, dann drück ich jetzt auf Duell Others. Und ein Arena-Kampf wird mit jedem gestartet, außer mit mir. Oh, Arena-Kampf startet! Okay. Und ich schwebe! Arena-Kampf startet. Das Problem ist, ich seh jetzt nicht das GUI. Ich seh jetzt nicht, weil ich nicht am Kampf teilnehme. Warte, wie werf ich das? Äh, gedrückt halten. Du musst erst mal ausrüsten, dann musst du eine Sekunde warten, dann kannst du erst gedrückt halten. Ich wollte das Teil nicht zu overpowered machen. Ah, jetzt verstehe ich. Ich wollte nicht, dass man einfach so Double-Hit machen kann. Du kriegst einen Sound-Effekt, wenn das bereit ist zum Aufladen. Ich glaub, ich hab meine Sounds aus. Die Sounds sind sowieso nicht so gut. Ich musste die schnell irgendwo raussuchen, und es gibt nicht... Es sind nicht so leicht Sound-Effekts rauszusuchen. Oh, Roblox Felix versus Camper. Geh in den Nahkampf mit dem Schwert. Trau dich! Nein, ich trau mich nicht. Er traut sich nicht. Er hätte es ja fast gemacht. Was? Roblox Felix ist draußen. Was? Der hat mich One-Hit gemacht? Ja, mit dem Schwert, dann kann man One-Hitten. Hätte ich das gewusst? Oh mein Gott. Du kennst doch die Classic-Roblox-Sorts. Aber ich hätt' gedacht, du hast sie vielleicht schwer... äh... schlechter gemacht. Ne, warum denn? Okay, Leute sind immer noch episch im Kämpfen. Haha, Felix Karma hat jemand geschrieben. Ist so. Warum? Was kann ich dafür? Und da... Ja, ich hab das Gefühl, Leute mit... Ich weiß nicht, haben Leute mit Lex einen Vorteil oder einen Nachteil? Ich hab keine Ahnung. So, da unten sind noch zwei. Da oben ist noch einer. Ich weiß nicht, wie viele Leute noch im Spiel drin sind. Aber es wird ja in die Konsole rausgeprintet. Wenn der Arena-Kampf vorbei ist, da kann ich dann immer nachgucken. Hier steht dann drin... Ist gestorben. Leverus ist tot. Castro ist tot. Roli-12-A ist tot. Elias-Pro ist tot. Timmy ist tot. Lukas ist tot. Maxiko ist tot. Und danach ist Roblox-Felix erst gestorben. So. Oh, die Arena-Lichter blinken. Gewinner ist... Pet Pro Ball... Oh, Mann. Warte. Pet Pro Ball-O-Mann. Keine Ahnung. Luka hat gewonnen. Hier ist der epische Gewinner von dem diesjährigen Hungerspielen. Yeah. Luka ist hier. So, das ist dein Stand. Nur 10 Robux? Komm, mach den Preis mal ein bisschen teurer. Bearbeite mal. Weil 10 Robux, das ist nicht genug. Lukas, mach es mal auf 100 Robux, Luka. Und sag Bescheid, wenn du es auf 100 Robux gestellt hast. Mach auf 10.000. 10.000 habe ich nicht. Ich komme gleich wieder. Okay. Okay, dann warten wir halt einen Augenblick. So lange könnt ihr mir ja schon mal in die Kommentare schreiben. Was habt ihr denn heute Feines gegessen? Also ich... Ich habe mir Instant-Nudeln angebraten. Es waren zu viel. Ich habe Bauchschmerzen. Ich habe viel zu viel gegessen. Also ich habe heute noch gar nichts gegessen. Dann solltest du vielleicht mal was essen. Das wolltest du ja sowieso machen. Bitte halte ein... Hm... Server frei. Ah, ich weiß nicht. Ich packe dich auf meine Liste. Einen Augenblick. Und damit dann auf in die nächste Runde. Und die Fehler hören einfach nicht auf. Okay, jetzt... Nein, ich bin mit dabei. Nein! Okay, ich muss mitkämpfen. Aus welchen Gründen auch immer muss ich jetzt mitkämpfen. Ich muss mich behaupten. Deswegen wechsle ich gerne den Server. Weil ich weiß ja nicht... Nee, ich kämpfe jetzt mit. Ich werde... Ich werde euch sowas von zeigen, wer hier der Boss ist. Nein! Ah, ich habe daneben geschossen. Okay, ich bin draußen. GG. Ich habe keine Chance in meinen eigenen Arena kämpfen. Okay. No clue. Mache ich rein. Und dann beobachte ich wieder die Arena-Kämpfe hier unten. Deswegen habe ich vorhin auch die Server gewechselt. Weil ich hatte keine Zeit, das jetzt komplett fehlerfrei zu coden. So. Gameblocks. Wir wissen jetzt wieder, wenn jemand gewinnt, dann sieht man das daran, dass die Lichter einmal kurz flackern. Also, dass die kurz ausgehen, wieder angehen alle. Oh, da kam ein Ball gerade. Knapp vorbeigeschossen. So. Übrigens, wenn ihr ausgeschieden seid, wäre es ziemlich cool, wenn ihr den Server verlasst, damit die Leute raufjoinen können, die noch Robux bekommen müssten. So, wir gucken hier weiter. Ah, Leute, die schon wieder die ganze Zeit am Weglaufen sind. Da werde ich gleich eingreifen. Kann ich eigentlich? Ne. Doch, ich gebe mir ein Sword. Nur für den Fall. Nur für den Fall, dass ich ein bisschen sticheln muss. Hehehe. Ah, hier oben macht jemand King of the Hill. Aber es gibt noch Höhe-Höhe-Hügel. Schade, dass ich jetzt nicht weiß, wie viele am Leben sind. Ich habe das echt nicht ganz durchdacht. So. Chaos fährt hoch, entkommt somit vor Kartoffelpommes 1-1-1. Dafür ist der Aufzug auch da, um schnell einer Situation zu entkommen. Aber du musst dann auch langsam mal wieder in die Situation reingehen. Na, ihr wollt nicht kämpfen. Wenn ihr nicht kämpfen wollt, dann kämpfe ich gleich nochmal mit. Clip me. So, Leute. Ich gehe jetzt da hoch auf die Brücke. Ich gehe hoch auf die Brücke und hole den runter, der da oben wartet. Wo ist der hin? Oh, die Lampen flackern. Hä? Hat der das Spiel verlassen? Ich weiß es nicht. Wir drücken F9 und schauen uns den Gewinner an. Der Gewinner ist Simon123, Prinz Pro hat gewonnen. Und damit kriegst du dann natürlich auch deine Robux. Ja, da bist du. Okay, ich folge dir. Du hast gewonnen. Also kriegst du von mir ein paar Robux. Du hast noch nie Robux bekommen. Also kriegst du von mir jetzt die 250 Robux für die Gravity Coil. Natürlich. Viel Spaß damit. Und ich gucke jetzt noch einmal rum, ob die anderen beiden Gewinner vielleicht in der Lobby drin sind. Einer hieß Luca und dann gab es noch Team Diamond offiziell. Hier, Luca haben wir. Das ist er. Luca ist auf dem Server drauf. Okay. Komm, Luca. Zeig mir, wo dein Stand ist. Zeig mir, wo dein Stand ist. Da bist du. 100 Robux. Perfekt. Dann kriegst du 100 Robux für deinen Sieg, den du vorhin errungen hast. Bitte sehr. Und dann kommst du runter von der Liste und es gibt jetzt noch Team Diamond offiziell. Wer ist nicht auf dem Server drauf, vielleicht kommt er auf den nächsten Server rauf. Und auf dem nächsten Server ging es dann auch in die nächste Runde. Und was wäre das denn für eine Runde, wenn es nicht schon wieder Probleme gäbe? Start in einer Sekunde. Ich habe meine Tools nicht bekommen. Was soll das? Habt ihr überhaupt Tools bekommen? Ja, es liegt daran, weil ich den Server neu gemacht habe. Es tut mir leid. Augenblick. Arena Kampf. Äh, Lichter betreten. Ich muss die Arena zurücksetzen. Es tut mir leid. Es hat nicht funktioniert. Nochmal neu. Ach Mensch. Alles läuft schief. Und warum läuft alles schief? Alles läuft schief. Weil ich es nicht geschafft habe, in der Woche das zu coden. Das Leben ist so hart. Und man kriegt keine Waffen. Der Server hier ist kaputt. Ja. Okay, ohne Waffen können wir nicht kämpfen. Na gut. Give all sword. Jeder hat ein Schwert. Wenn du gegen mich kämpfst, dann kriegst du aufs Maul. Gut, so. Fly me. Dann kann ich wieder gucken. 13 Spieler verbleibend. Jetzt hat jeder ein Schwert. Keine Fernkampfwaffen mehr. Leben ist hart. Also, bei dem Server müssen wir auf jeden Fall shut down, weil der hier ist komplett kaputt. Der Server ist komplett kaputt. Und es gibt noch 8 Spieler, die am Leben sind. Naja, immerhin hat jeder die Zeit, sich anständig zu positionieren. Irgendwas stimmt mit dem Spawn da oben nicht. Ich muss so viele Sachen fixen. Aber das ist das Problem, wenn man so schnell etwas coden muss. Da hat es sich wohl nicht gelohnt, sich zu verstecken, mein Homie. Da hat es sich wohl nicht gelohnt, sich zu verstecken. Vier Leute am Leben. Alle Leute sind hier unten. Ne. Noch vier Leute am Leben. Drei Leute sind hier unten. Ein, zwei, drei Spieler. Und da unten. Da hinten ist einer. Hier ist einer. Und da ist einer. Es sind noch drei Spieler am Leben. Mit den Schwertern geht es jetzt auch ziemlich schnell, wo alle Leute nur Schwerte haben. Zwei Spieler verbleiben. Future Trunks. Auch wenn Future Trunks das gewinnt, das wäre so episch. Nach all den Matches, die er hatte. Aber auch nur, weil ich gesehen habe, wie er das eine Mal so richtig rasiert hat. Aber er läuft die ganze Zeit weg. Hab kein Item. Ich hab Give All Sword gemacht. Einen Augenblick. Okay. Give Zukunftstrunk Sword und Teleport Zukunftstrunk Me. So. Jetzt nochmal ein richtiges Duell. Ihr kämpft jetzt nochmal gegeneinander. Und er läuft trotzdem weg. Jetzt, obwohl er ein Schwert hat. Jetzt, jetzt mach. Okay. Jetzt hast du dir den Sieg aber auch wirklich verdient. Arena zurücksetzen. So. B, J. Ne. B, F, J, H, L, T, I. Eins. Hat gewonnen. Ich fliege hoch und suche dann nach deinem Stand. Wir suchen nach ihm. Wir suchen nach ihm. Da ist der Gewinner. Okay. Ich folge ihm. Da ist dein Stand. Ich mache mir Clip ran. So. Hopp. Okay. Erstmal hole ich mir die 25 Robux. 1000 Robux ist zu viel für einen Kampf. Am Anfang habe ich 1000 Robux donatet, weil das ein Kampf nur mit den Orbs ist. Oh. Ist hier nichts weiter drunter? Ah. Komm. Ich donate den nochmal. Weil 25 ist zu wenig. 1000 ist zu viel. Ich habe gehofft, dass da noch was drunter ist. Und du bist Mitglied der Gruppe, ein wenig basiert und kriegst von mir jetzt, das zeige ich natürlich einmal hier, damit alle sehen. So. Du kriegst von mir jetzt nochmal 250 Robux. Und dann ist die Gruppe auch bald pleite. Leute, wenn ihr wollt, dass ich weiter über die Gruppenauszahlung machen kann, dann müsst ihr unseren Merch kaufen aus der Gruppe Club Based. Also, macht mal. Macht mal. Wenn ihr... Sonst ist irgendwann vorbei. Sonst ist Feierabend. Leute, wo findet man den Shop? Hier oben auf Shop. Und dann könnt ihr euch die Base T-Shirts angucken. Gibt sehr viele. Sehr, sehr viele. So, gehen wir wieder in Roblox rein. Ich shuttaune diesen Server hier, weil der Server ist kaputt. Ja, es hat funktioniert. Jeder hat seine Tools bekommen. Perfekt. So, und jetzt kämpfen alle. Oh, ho, ho, ho. Ich höre sie am Kämpfen. Oh, da hinten sind zwei Leute gestorben, noch 14 Spieler verbleibend. Ich nehme mal mein Orb-Tool rein, damit man mich an dem roten Leuchten erkennt. Weil, wie ihr wisst, wenn man mich angreift, kriegt man selbst den Schaden. Es sei denn, ihr möchtet das mal ausprobieren. Möchtet jemand von euch ausprobieren, mich anzugreifen? Hä? Hä? Oh. Tja, Luca konnte es sich erlauben, weil Luca hat schon einmal gewonnen. Deswegen, er hat es ausprobiert. Er hat gesehen, wenn man versucht, mich anzugreifen, kriegt man selber Schaden. Harte Zeiten. Rip Luca. Aber Luca hat schon einmal gewonnen. Dementsprechend ist es nicht allzu dramatisch. Auch ehrenhaft, dass er sich dafür geopfert hat, damit die anderen es nicht ausprobieren mussten. So. Jamie Luca ist da noch. Oh. Wie viele Lukas haben wir denn hier? Luca mit Skills? Ist fast tot. Hat gerade einen Schwerthieb überlebt. Jamie Luca hat den Kampf auch noch überlebt. Gut, es sind noch acht Spieler verbleiben. Und wie viele campen draußen. Haben wir hier oben jemanden? Also, wenn es jemand hier hoch schafft, dann Respekt. Aber hier schafft man es, glaube ich, nicht hoch. Das ist, glaube ich, nicht möglich. Auf diese Startturnier zu klären. Und, oh. Luca mit Skills gestorben durch Gameblocks 3000. Und ich liege tot. Ach, da bin ich wieder. Jamie Luca ist noch hier. Da hinten, Leo 1001. Ich fliege mich die ganze Zeit zu Tode. Einfach nur, weil ich gucken möchte. So. Fünf Spieler verbleibend. Ah, wurde gerade Gameblocks 3000 erschossen. Rip an alle, die schon gestorben sind. Und große GG an alle, die noch dabei sind. Das ist echt nicht leicht, in so einem Kampf so lange zu überleben. Weil die Tools, die können einen One-Hit. Auch dieser normale Orb kann euch One-Hitten, wenn er mit voller Kraft trifft. Wenn man den komplett aufgeladen auf jemanden schießt und direkt trifft, dann ist das ein One-Hit. Immer noch vier Spieler verbleiben. Einer hier oben. Einer hier hinten. Einer da hinten. Und einer da unten. Alle sind verteilt voneinander. Und ich würde sagen, wer gleich noch am äußeren Ring sich befindet, also wer sich gleich noch hier außen befindet, wird von mir persönlich attackiert. Weil ich will, dass es sich jetzt nach innen zieht. Ihr habt es gehört, Leute. Die Zone wird kleiner. Und ich bin die Zone. Es wird gefährlich für alle Leute, die sich hier außen in der Zone jetzt befinden, weil die werden von mir persönlich angegriffen. Drei Spieler noch am Leben. Zwei sind in der Zone. Einer außerhalb der Zone. Ich sage in fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Die Zone ist scharf. Du befindest dich gerade noch am Rand der Zone, also wirst du jetzt Glück gehabt. Ich schieße nach da oben. Okay. Drei Spieler verbleiben. Einer dort. Einer dort. Einer dort. Wer wird gewinnen? Wer wird den epischen Sieg? Bester Gamer jagt. Warte, wen jagt der? Bester Gamer jagt. Kann ich nicht lesen, weil da kein Vokal zwischen den ersten zwei Buchstaben ist. Und er jagt hingegen. Zero. Ich kann alles nicht lesen. Ich bin zu schlecht zum Lesen. Es tut mir leid, Leute. Drei Spieler verbleiben. Ich würde sagen, die Zone wird wieder kleiner. Die Zone wird kleiner. Die Zone wird kleiner. Sie beschränkt sich gleich auf das Dreieck zwischen diesen drei Säulen hier. Wer sich gleich außerhalb dieser drei Säulen befindet, hinter diesen Säulen, der wird gleich von mir angegriffen. Ihr müsst in diese Säulen reingehen, weil sonst wird es ziemlich eng. Ich fliege jetzt einmal da lang, was die Zone sein wird außen. Wer sich außerhalb dieses Bereichs befindet, und alle befinden sich gerade außerhalb dieser Zone, die werden gleich von mir persönlich attackiert. In zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Okay. Bester Gamer ist in der Zone. Und du bist außerhalb der Zone. Also wirst du jetzt von mir angegriffen, Bro. Du wirst jetzt von mir angegriffen, weil du außerhalb der Zone bist. Glück gehabt. Noch mal reingegangen in die Zone. Und du hast auch noch gewonnen. Du hast gewonnen. GG. An alle, die teilgenommen haben. Vor allem GG an dich. Ich sag jetzt wieder, Arena zurücksetzen. Aus irgendeinem Grund, wer dich dann selbst nicht rauskippet. Zeigst mir, wo dein Stand ist, und ich werde dir donaten. So. Booth ist free. Deine Booth ist da. Okay, dann donate ich jetzt einfach mal. Du hast ja ein paar Sachen. Ich glaube, ich werde einfach durchkaufen. Kaufe ich mir erst das Sorry But Great. So. Dann kaufe ich mir noch... Hier. Boom. Ich kaufe mir noch The Kid. Und jetzt... Jetzt töte ich einfach alle, die im Weg stehen, damit ich weiter donaten kann. So. Einfach mal ausrasten. Einfach mal alle töten, die sich mir in den Weg stellen. So. Ninja Poppet kaufe ich mir. Und... The Noob kaufe ich mir. Dann kaufe ich mir noch Good Night. So. Das wär's dann. Ich hab dir alles donated, was ich dir abkaufen kann. Wir sehen auch, ich hab in dem Spiel schon 7.876 Robux donated. Das sind fast 80 Euro, die ich an euch verschenkt habe. In diesen Livestreams. Und ich würde sagen, wir machen jetzt noch eine letzte Runde. Es geht los. Ich stell mich einfach hier oben zu meinem Homie hin. Und zu meinem anderen Homie, dem geht's nicht so gut. Der hat ein bisschen zu viel über den Durst getrunken. Und wir schauen mal nach, wie viele Leute jetzt in den ersten paar Minuten sterben. Condi Cool läuft hier rum mit diesem lustigen Tool. Ich pack mal wieder das Tool in meine Hand, damit man mich erkennt als gefährlich. Nicht angreifen. Hier laufen immer noch Leute am äußeren Rand herum. Gut. Noch 8 Spieler verbleibend. Und ich würde sagen, ich schließe die äußere Zone. Ihr habt noch 10 Sekunden, um die äußere Zone zu verlassen. Oder ich sag mal so, sobald die Wallhacks angehen, müsst ihr die äußere Zone verlassen, weil sonst ist das mein Jagdgebiet, in dem ich euch vernichten werde. Oh, die Wallhacks sind an. Ihr müsst rein. Und sie springen auch rein. Okay, okay, okay. Der äußere Ring hier, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, der ist jetzt gesperrt. Der dürft ihr nicht mehr betreten. Dazu gehört tatsächlich auch das Ding hier dazu. Und es gehört auch das Ding hier dazu. So, noch 6 Spieler am Leben. Da unten 2, da 2 und hier einer. Und da hinten versteckt sich jemand. Aber es ist noch in Ordnung. Noch habe ich die Zone nicht geschlossen. Aber ihr erinnert euch, die nächste Zone ergibt sich dann aus dem Dreieck dieser 3 großen Säulen hier. Und wenn ich nachher die Zone schließe, müsst ihr da drin sein. Sonst ist es aus für euch. Oh, jemand hat mir donated. Danke für die 7 Robux. Grummel, Grummel 1. Oh, jemand ist gestorben. Noch 4 Spieler am Leben. 3 hier. Und einer versteckt sich doch, oder? Da oben. Okay. Ich würde sagen, die Zone schließt sich, sobald der nächste Spieler stirbt. Wenn noch 3 Spieler am Leben sind, müssen alle verbleibenden innerhalb der Zone sein. Ich werde sonst knallhart alle abgeschlachten. Du wärst zum Beispiel außerhalb der Zone. Und du bist gerade so in der Zone, weil du ja auf der Säule draufstehst. Wer hinter der Säule ist, ist draußen. Und oh, Conny Cool wurde von hinten ermordet. Noch 2 Spieler am Leben. Die Zone ist geschlossen. Das heißt, wer rausgeht, wird von mir ermordet. Ihr müsst in der Zone bleiben. Oh, war das ein Hit? Das war ein schwacher Hit. Das war ein schwacher Hit. Sie schießen aufeinander. Noch 2 Überlebende. Ein episches Duell. Wer jetzt die Zone verlässt, ist so gut wie gestorben. Schichte. Ah, ich ziel schon auf dich, weil du bist am Rand der Zone, Bro. Du bist am Rand der Zone. Glück gehabt. Nochmal reingegangen. Und du hast gewonnen. L30 VV. GG an dich. Und hier ist dein Stand. Du hast auch schon 517 Robux bekommen. Das sind auch ziemlich teure Donations. Aber hier, das für 219 kann ich mir gerne gönnen. Möchtest du Prisoner Life Prisoner Inmate kaufen? Klar mach ich das. Und weil du der letzte Gewinner bist, kriegst du heute nochmal 125 Robux oben rauf. MLG mach ich. So, bitte sehr für diese Donation. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch der Stream bis dahin gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Und abonniert auch meinen Kanal, weil ich werde solche Streams öfter machen. Habe ich abonnieren schon gesagt? Ja. Ich werde solche Streams öfter machen. Ich werde die Scripts hier noch überarbeiten, in der Hoffnung, dass es beim nächsten Mal mit weniger Fehlern durchläuft. Aber das war es erstmal mit dem Video. Bis dann und Ciao!